Jungs, heute wurde es ein bisschen magisch. Wir waren auf einem Harry Potter RP Server und hatten da ein Mod Menü, mit dem du Leute jumpscaren konntest. Du konntest deren komplette Sicht umkennen, du konntest sie in die Hölle ziehen, du konntest die wegtippieren, in den Raum mit einem Toast packen, den Toast von oben zuklappen und dann schön verschmieren. Nein Spaß, das ging nicht. Aber der Rest ging. Falls euch das gefällt, lasst gerne ein Like da und abonniert gerne meinen Kanal. Habe ich mir was Schönes ausgedacht gerade. Alter, in was für einem Raum sind wir hier? Denn hier bin ich? Lol, hier sind wir, guck mal. Ist das die eine Reise hier? Yo, okay, geil. Interessant. Alter, nein, man kann Jumpscares bei Leuten machen. Mach mal bei mir, mach mal bei mir. Wir wissen, was da passiert. Alter! Alter! Das ist richtig schlimm. Oh, wie geil. Nein, ich kann auch voll viele verschiedene auswählen. Warte, warte, mach bitte nicht mehr, mach bitte nicht mehr. Yo, geil. Oh mein Gott. Alter. Alter, wie OP. Das ist ja eine Macht, die sollte... Das ist richtig schlimm. Voll geil irgendwie alles. Was macht die hier? Schön den Katzenhut kaufen. Welche Farbe? Voll unauffällig. Aber egal, komm, ich hole mir jetzt auch einen. Wenn du den Katzenhut nimmst, dann nehme ich den Froschhut. Ja. Das ist Froschhut. Ja. Okay, wir müssen undercover bleiben. Hier darf uns keiner erkennen. In Hogwarts. Oh mein Gott. Hogwarts Legacy. Und jetzt geht das Hogwarts-Abenteuer los. Ja, das sind die, die eingeschwerte. Der ist im Knast, ne? Ja, der hat das RIS-Profil-Bild. Guck mal, wenn er redet. Eingekerkert. So wie er es verdient. Digga, ich hab den Chassier erzählt. Ja, man versteht nicht mal was, weil er die ganze Zeit nur eine Sekunde redet. Komm, 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 komm. Was geht bei ihm? Warum macht er eigentlich seinen Mic an? Einfach nur, damit es rauscht. Muss ich nicht hier rein? Ja, Mann, wo musst du hin, Alter? Heaven? Ja. Ja, ja. Wie geht das? Wo muss man hier hin? Ich weiß es auch nicht. Ich muss einfach suchen, Digga. Ich bin das erste Mal in Hogwarts. Oh ja, ich muss RP machen hier, ne? Wo ist der Scheißraum, Digga? Alter, was ist das für einer? Ich kann keinen RP. Pass mal auf, hier. Ich muss verarscht. Wirklich jetzt einen Jumpscare? Also, wenn der jetzt keinen Jumpscare kriegt? Warte. Ja. Kann man nicht irgendwie auf einer Karte kommen? Wo das alles ist? Keine Ahnung, ich weiß einfach nicht. Ich glaube nicht. Ey, Juma, ihr fetten Lohus-Unterricht, Junge. Er fühlt sich ein bisschen. Ich muss ihn ein bisschen auf den Boden zurückholen. Ja, wo ist er denn, du Scheiß? Alter, er beleidigt auch jeden. Jo, Toiletten, ne? Unterricht. Jo, ab in den Unterricht. Wir müssen so ein bisschen Pflanzen an den Arsch packen. Jo, was ist das für einer? Ich pack jetzt ein paar Pflanzen an den Arsch. Durch sofort. Ich habe mich nicht weniger interessieren können, ne? Wie heftig fühlt er sich? Ich hätte mich nicht weniger interessieren können. Dieser Jumpscare. Ich fack ihn jetzt die ganze Zeit damit ab. Jo, verpiss dich! Ich schreck mich gar nicht dadurch, ne? Ja, find. Mit der Lutscher, warum er es ist. Oh, reicht doch langsam, ne? Mit den unlustigen Jumpscares. Lutscher. Geil! Ja, Jungs, na, so, ich wollte den UAP machen. Man darf das nicht mal sagen, ne? Ja, Digga, ich kriege die ganze Zeit Jumpscares mit irgendeinem Kek auf meinem Bildschirm drauf. Man darf das nicht mal sagen. Ja. Bruder, der Typ ist so unlustig mit seinen Jumpscares, ne? Das ist unglaublich. Hey, hörst du das bei dem? Ja, ja, ja. DIN! Wo muss ich hin, der ist einer von euch? Wo muss ich hin? Kräuterkunde. Ja, wo ist das denn? Ja. Mach das mal aus. Ich kann das doch nicht, mach den Schwanz an. Mach das aus, meine Güte, Alter, du hast rauschen und schreien. Bruder, ich kann, Digga, oh mein Gott, du unlustiger Hund. Ja, ich hab schon ein paar Jumpscares auf meinem Bildschirm. Das fack mich schon am langen dran. Welcher unlustige. Diese Geräusche. Ab in den Unterricht, Leute, hab ich euch gesagt. Das ist unlustig, glaube ich. Was ist denn dein Problem? Ey, er kann, er kann, er kann. Ich schnappe jedenfalls Jumpscares auf meinem Bildschirm. Ich höre, das fack mich verlaugt sein. Nimm den mal fest. So genannte Jumpscare, meinst du mein Gesicht? Ich bin so alt, wie ich bin. Also ich so perfekt, dass ich mich so gut aussie, sehe ich. Ja, nehmt den mal fest. Nimm den fest. Nimm den mal fest, der ist total bescheuert, ey. Ihr beide habt ihr den Unterricht. Okay, tut mir leid. Ey, 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 hör zu, hör zu. So ein Lukas Black hat vorhin so einen Typen, der mir helfen wollte, getötet. Lass ihn targeten, okay? Okay. Mit der Maps sehen wir ihn ja. Guck mal, ich such ihn jetzt. Und er ist hier drinnen, bei Kräuterkunde. Der wird schön gejumpscared. Ah, hier, 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 hier. Wo? Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Der Arsch. Guck mal, jetzt gehen wir den Typenkunden. Jungen. Wo kommt die ganze Zeit Jumpscares? Guck mal, jemand im Chat. Wo kommen die dummen Jumpscares her? Du siehst doch diesen Argus Flinch hier oder so, ne? Diesen Lehrer. Der fuckt sich ganze Zeit drüber ab, wenn man so in dem Gang rumläuft. Ja, das ist ja auch die Rolle, die er spielt. Ich werde jetzt in einen eintauchen. Tauch du dann auch einfach in irgendeinen ein, der in diesem Raum ist, weißt du? Und dann laufen wir beide mit deren Personen ganz weit vor dem her, weißt du? Das ist eine gute Idee. Ich klicke jetzt auf den. Ich bin in Benno drin. Ja. Horst, Bruder. What the fuck? Aber ich höre nicht, was der sagt. Fuck. Ich höre gar nichts. Hier, hier ist dieser Lehrer. Ich werde ferngesteuert. Hilfe. Doch, ich höre ihn. Ich werde ferngesteuert. Hilfe. Hilfe. Und die andere Richtung. Ich kann mich ja nicht bewegen, du scheiß Fuzzier, Digga. Ey. Wie, wie haben sie mich genannt? Lass diesen Kevin abfacken. Das ist der, den wir gerade ganze Zeit gejumpscared haben. Jumpscare den mal wieder. Mach Kevin Schmitz. Der ist ganze Zeit auch OC am Reden, Bruder. Der macht alles, aber der macht keinen RP, der Typ. Spam ihn mal einfach mit. Mach auch Five Nights at Freddy's. Ach, Digga, ich hab ruhig. Da gib ich mal Jumpscares. Fuck mich so ab, Alter. Oh mein Gott, so unnustig. Oh mein Gott, so unnustig. Ich würde lieber nicht das H-Wort verwenden. Ja, Digga, fuck, wir machen, weil es unnustig ist. Immer so, das hundertste Mal macht er es heute. Das ist so unnustig, oh mein Gott, Digga. Gehen Sie in den Unterricht. Einen Unterricht, Digga. Wer macht das? Ich stehe doch nix im Abend, ich kann nicht sehen. Junge, wo sind alle? Die ganze Schule ist leer. Hey. Was geht hier vor sich? Äh, ich suche eigentlich Kräuterkunde, aber ich glaube, das hat sich gleich erledigt. Ähm, was passiert mit... Okay. Hey. Bitte helfen Sie mir. Ich suche den Herrn Zwerberhard. Ich denke jetzt schon. Nein, nicht Zwerberhard. Ja, komm. Also, Sie nehmen jetzt einmal Ihren Inventory-Pickup in die Hand. Ja. Und, Moment. Oh, die kann man verarschen, aber was mache ich jetzt bei denen? Ah, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Immer gerne. Soll ich Ihnen vielleicht noch das Schloss sagen? Ja, ist er, Aaron. Aaron. Ich drehe jetzt alles bei ihm um. Äh, ich habe eine andere Frage. Ähm, warum steht bei mir jetzt alles Kopf gerade? Wie steht alles Kopf bei Ihnen? Bei mir steht... Äh, Leute, wo findet man den... Bei mir steht alles Kopf, besser gesagt. Wo findet man den Unterricht beim Herrn Sprouse? Fuck. Den gibt's nicht mal. Bei meinem Sprouse? Welcher Unterricht ich denn gerade? Ist dir das egal, ne? Okay, ne, vielleicht hab ich mich auch vertan. Sorry. Meine Frage wäre gewesen, und zwar haben Sie rein zufällig, ähm... Ja, hier, die Unterlagen, die... Erstmal ein bisschen zum Dancen bringt den Bra. Wo welcher Unterricht stattfindet? Kann das sein, dass Sie denen das auch nicht... Ähm... Tatsächlich wird der Stundenplan auch nicht angezeigt. Ah, ich verstehe. Ich bin mir nicht sicher, ob mich jemand hier heimlich anzaubert, aber ich habe kurze Vision auf. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mich hier jemand anzaubert. Hast du auch irgendwie ein Knick in der Optik? Ich hatte bis vor kurzem ein Knick in der Optik, dann stand alles auf dem Kopf und jetzt gerade eben hatte ich irgendwie... Der redet so geil. Was kann ich noch machen? Kann Blackout, ich mach Gib ihm jetzt ein Blackout. Es wird Ihnen noch alles angezeigt auf Ihrem Stundenplan. So, dann geht es nochmal weiter. Den will ich sehen. Okay, hier wird auch nochmal angezeigt. Hier, Klassraum, wenn wir sehen. Ich sehe nichts mehr. Wir sehen Sie ja nichts mehr. Völlige Finsternis hatte ich bis gerade eben doch von meinen Augen. Völlige Finsternis. Jungen, wer sagt Finsternis? Ey, der macht das so geil, ne? Sehr komisch. Jetzt steht wieder alles bei mir Kopf. Bei mir steht jetzt alles wieder Kopf. Mit welchem Zauber geht mir das denn? Ich bin mir leider nicht sicher, wer sich hier einen Spaß mit mir erlaubt, aber es geht mir ein wenig... Das hatte ich auch vorhin. Ja, dann musste ich dann gehen. Also hier Recher. Boah, und jetzt nochmal ein Jumpscare für den Aron. Das wäre... Ich hoffe, dass es gegebenenfalls an diesem Problem liegt. Anderer... Anderenfalls... Ich möchte hoffen, dass es an diesem Problem liegt und nicht andererseits nicht, dass hier irgendjemand entspart mit mir erlaubt hat. Ich muss einmal lange reden, damit ich das machen kann. Also es kann auch manchmal sein, dass die Lehrer einfach... Moment jetzt! Also ich habe das Gefühl, ich habe das sehr starke Gefühl, dass wir hier von irgendeinem Magier belästigt werden aktuell während der Rundführung. Also ich weiß gar nichts. Wie oft noch? Ich weiß es leider nicht. Ich habe diesen Typen auch, außer sie mitgemacht. Seht ihr das auch? Rausgetappt. Geil. Boah, dieses Menü ist so OP. Ein bisschen schade, dass leider tatsächlich auch Neulinge aus dem ersten Jahr tatsächlich nicht... Dadurch auch nicht mal... Dass diese vorbelastet sind durch Sova. Das ist wirklich irre. Ach komm, einmal übertreibe ich jetzt nochmal. Was zum Teufel? Oh nein. Dann wird sie in die Hölle gezogen. Die Hölle gezogen? Ich denke, ich war es nicht würdig. Man sieht sich in einem anderen Leben. Ja, ciao, ne? Hm. Ein Problemfall weniger. Ich kann Ihnen eine Toilette machen. Oh, eine Toilette. Warum ist hier eine Toilette? Problem, oder was? Warum bin ich hier eine Toilette? Was ist mit euch? Warum bin ich eine Toilette? Was ist das? Ich will keine Toilette sein. Verpisst euch. Im Chat. Warum bin ich eine Toilette? Ey, das ist der Jumpscare-Typ. Warte, den fuck ich auch nochmal kurz ab. Ey, kommt mal mit, Jungs. Ich muss mir das zeigen. Ey, mach mal Jumpscare bei ihm, während ich ihm... Mach. Und spam auch. Wie geht's, Jungs? Wie geht's euch? Und so, Digger. Gut, ich habe jetzt ein bisschen mit den Leuten hier mich gemacht und... Diese Jumpscares sind wirklich so unglaublich unlustig. Netzt, Digger. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Der soll nicht weglaufen. Wie, was? Was hab ich mein? Bei dir schreit ganz irgendein Kind oder so. Ich meine das... Kannst du das ausmachen? Was? Ich bin das doch... Ich bin das nicht. Mach das mal aus. Das ist übel laut, Alter. Ich höre fast nichts mehr. Ich bin das doch nicht. Ich töte dich gleich, wenn du das nicht wegmachst, Alter. Ich bin das doch nicht, Junge. Ja, ist mir egal. Ich töte dich jetzt einfach. Ich... Was geht's, YouTube? Was geht's?